So, herzlich willkommen bei der Science Show. Heute möchten wir mal über den Schwein-Mensch-Hybrid reden, der jetzt erst neulich in der Wissenschaft entstanden ist, der von Forschern in der Petrischale gezüchtet wurde. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn so ein Hybrid überhaupt? Die Forscher haben Gene vom Schwein und vom Mensch einfach miteinander vermischt und dabei ist ihnen ein Hybrid entstanden. Das Ganze geschah in der Petrischale. Und jetzt fragen sich der ein oder andere vielleicht, wozu in aller Welt sollte man das tun? Die Sache ist, es bringt Nachteile, aber auch Vorteile und diese Vorteile sind halt ziemlich verlockend. Nachteile wären zum Beispiel, keiner kann wissen, was dabei jetzt genau rauskommt und ob es jetzt irgendein Killer-Tier wie Godzilla wird oder ob es einfach nur ein cooler Mensch wird. Eben, der Sinn der Sache war aber, ein Wesen zu haben, in dem menschliche Organe heranwachsen, die man dann für den Menschen benutzen kann, wenn zum Beispiel Herz oder Lunge nicht mehr funktionieren. Denn Spenderorgane sind etwas sehr Wertvolles und so ein Tier, so ein Wesen wäre halt optimal, wenn man da sich einfach Organe wie das Gemüse auf dem Feld heranwachsen lassen könnte. US-Forscher am Sork Institute for Biological Studies in Kalifornien ist es jetzt gelungen. Sie haben nämlich, wie gesagt, ein Schwein mit einem Menschen gekreuzt und das Ganze in einem Fachblatt namens Zell veröffentlicht. Das könnt ihr im Internet auch mal durchlesen, wenn ihr auf die Website von diesem Fachblatt geht. Und da haben sie aus Urzellen, sogenannten Stammzellen, das sind übrigens Zellen, woraus sich so gut wie alles entwickeln kann. Denn unser Körper hat ganz am Anfang, beim Anfangsstadium, nur Zellen, welche Stammzellen sind, woraus sich jedes einzelne Gewebe entwickeln kann. Also sowohl Herzgewebe als auch Gehirngewebe bis zur Haut, die ihr am Arm habt. Und die haben nämlich das ziemlich schwer gefunden, beziehungsweise es ist ziemlich schwer, das in der Petrischale ganz von Anfang an durch einer solcher Stammzelle so etwas zu züchten. Deswegen haben sie auf natürliche Umgebung gesetzt, nämlich auf ein Schwein. Wissenschaftler ist es bereits vor einiger Zeit schon mal gelungen, ein solches Mischwesen zu erzeugen. Damals aber mit sehr verwandten Tieren, nämlich Maus und Ratte. Diesen kleinen Nagern ist dann sogar ein Herz- und Pankreasgewebe herangewachsen und sogar eine Gallenblase. Obwohl diese Tiere, beziehungsweise die Maus, diese Gallenblase schon im Laufe der Evolution verloren hat und deswegen sich teilweise komplett verändert hat. In einem zweiten Experiment wollten die Forscher jetzt natürlich auch noch wissen, ob das Ganze auch mit Menschen-Genen geht. Und deswegen haben sie die Stammzellen von einem Menschen in ein Schweine-Embryo eingepflanzt und das, was sie nach vier Wochen bemerkt haben, das war wirklich atemberaubend. Denn es hat sich Menschen-Muskelgewebe gebildet und sogar Vorstufen der menschlichen Organe. Und das ist ziemlich krass, denn damit hat es den Grundstein gegeben für das Züchten menschlicher Organe und das Züchten menschlicher Wesen in anderen Wesen, also einem Schwein jetzt hier in diesem Fall. Und das Ganze kann man jetzt nachlesen auf Zell, wie gesagt, von dem Studienautor Juan Carlos Isopisa Belmonte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, dann entschuldigt doch hier bitte. Aber das wird noch einige Zeit dauern, bis es wirklich funktioniert. Also was meint ihr dazu? Findet ihr, das ist ultra krass und gehört nach Hollywood? Oder denkt ihr, ja, das könnte die Zukunft sein und so könnten wir mal, wenn wir alt sind, unsere kaputten Organe ersetzen? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Man sieht sich. Bis nächsten Montag. Tschüss. Ich höre dann irgendwann auf zu reden, das wird ja schon offen. Also ich filme jetzt schon eigentlich. Filmst du schon? Ja. Wieso fangen wir mal an? Aber ich bin nicht so gerade. Du bist auch nicht so gerade. Ich bin eigentlich gerade. Ich bin vor dem Anfang, filmst du schon? Ja. Dann machst du jetzt nochmal Stopp und fange ich sofort an. Nein, nein. Doch, 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 doch.